Debatte um D-Day Papier Lindner wendet sich an Bürger Warnstreiks sind die richtige Antwort auf die Kampfansage der VW-Manager und Kfz-Werkstätten erzielen Umsatzplus Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, dem 2. Dezember Angesichts der Debatte um ein bekannt gewordenes FDP-Strategie-Papier zum Bruch der Ampel-Koalition hat sich FDP-Chef Christian Lindner gestern an die Bürger gewandt Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger Gegenwärtig wird über die Deutung des Ampel ausgerungen Es ist eine Machtauseinandersetzung Fehler der FDP, die ich bedauere, werden von unseren politischen Gegnern genutzt, um vom Wesentlichen für unser Land abzulenken Deshalb wende ich mich heute direkt an Sie Sie müssen meine Position nicht teilen, aber Sie sollten meine Position kennen Die Ampel ist nicht gescheitert an der FDP Sie ist gescheitert, weil sie keine Antworten mehr auf die Fragen dieser Zeit hat Die Ampel ist nicht gescheitert an Christian Lindner Die Ampel ist gescheitert, weil sie ihre Akzeptanz bei Ihnen, bei den Bürgerinnen und Bürgern verloren hat SPD-Chefin Saskia Esken rechnet mit dem parlamentarischen Aus für die FDP Ich gehe nicht davon aus, dass die FDP dem nächsten Bundestag angehört, sagte sie RTL-NTV Eine erneute Zusammenarbeit mit dem früheren Koalitionspartner FDP wollte sie auf Nachfrage aber nicht ausdrücklich ausschließen FDP-Chef Christian Lindner hat sich gestern erfreut über die Entscheidung Marco Buschmanns gezeigt Marco Buschmann war nicht nur ein sehr anerkannter Justizminister, sondern auch ein höchst erfolgreicher Parteimanager Ich bin erleichtert, dass er sich bereit erklärt hat, eines der schwierigsten Ämter in einem der härtesten Wahlkämpfe der letzten 70 Jahre zu übernehmen Das teilte er auf X mit Die Linke hat sich unterstützend für die heutigen Warnstreiks der VW-Beschäftigten in einer Pressemitteilung gezeigt Die Linke unterstützt die Warnstreiks der VW-Beschäftigten und erklärt ihre volle Solidarität Die arrogante Haltung der VW-Bosse ist unerträglich Während Hunderttausende Angst um ihre Arbeitsplätze haben, weisen die Bosse das Angebot der IG Metall ohne Verhandlungen zurück Das ist eine Kampfansage an die Belegschaft Die Arbeitnehmer müssen für die haarsträubenden Fehlentscheidungen der Konzernbosse büßen Jahrelang strichen Aktionäre fette Renditen ein, während die VW-Manager zu wenig in den Umbau der Werke investierten Diese Gewinne wurden von den Beschäftigten erwirtschaftet und nicht von den Mieten in Nadelstreifen Jetzt sind die Profite in Gefahr und die Beschäftigten sollen mit Lohnverlusten und Stellenabbau für die Fehler der Bosse bezahlen Das ist zutiefst ungerecht und nicht zu akzeptieren Kfz-Werkstätten in Deutschland haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein Umsatzplus erzielt Mit der Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen machten sie von Januar bis September 2024 preisbereinigt 2,5% mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum Der Handel mit Kraftwagen hat hingegen real 1,3% weniger Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilt Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen ist im Jahr 2023 erneut gestiegen, aber deutlich schwächer als im Jahr zuvor Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, nahmen die Jugendämter in Deutschland im Jahr 2023 rund 74.600 Kinder und Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut Das waren 8.100 oder 12% Betroffene mehr als im Vorjahr Damit stieg die Zahl der Inobhutnahmen 2023 zum dritten Mal in Folge, allerdings nicht so stark wie 2022 Auch wenn die Stimmung im deutschen Einzelhandel schlecht ist, geht es zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts etwas aufwärts Das IFO-Institut stellte im November in der Branche ein Geschäftsklima von minus 22,1 Punkten fest Das ist zwar nach wie vor schwach, allerdings um 3,1 Punkte besser als im Vormonat und der zweite Anstieg in Folge Und nun zum Wetter In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel bedeckt bei einer Tiefstemperatur von 5 Grad Am Mittwoch ist der Himmel größtenteils bedeckt bei einer Höchsttemperatur von 7 Grad Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend